Die Elefantenrunde von Flavio Tonni. Sein Vater ist Mitbegründer dieses Festivals, vor 30 Jahren eng an der Seite von Fürst Renier. Lauter Fünftonner unterwegs. Kleiner Verkehrsstau, aber... Was soll schon passieren bei so vielen Zebrastreifen? ... Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Flavio Tonni, er hat hier in Monte Carlo schon etliche Clowns gewonnen. Seine Elefanten haben bestimmt genau im Gedächtnis, wann.